Wir leben unter großen Herausforderungen. Corona, wirtschaftliche Herausforderungen, Globalisierung, Klima und so weiter und so fort. Wir hören nichts anderes. Die Wahlen am vergangenen Wochenende in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Ja, und da ist es so, auch was Dresden war, das Gegeneinanderwirken von Demonstranten und Polizei. Wenn die öffentlichen Medien berichten, sind das ja keine Aktivisten, so wie bei den Linken oder bei Grünen Motivierten, sondern es sind ja halbe Schwerverbrecher, wenn man dem so Folge leisten kann. Und dazu hatte ich ja nun Kommentare abgegeben beim Rainer Wendt. Rainer Wendt ist Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Und die Kommentare waren zugegebenermaßen ein wenig provozierend, aber es hat seine Wirkung nicht verfehlt. Und da muss ich sagen, das schätze ich. Rainer Wendt hat sich gemeldet und das schätze ich und das offen und hat gesagt, ja, dann müssen wir halt mal miteinander reden. Und dieses Reden, das wird am morgigen Mittwoch, den 17. März erfolgen und das wird ab 18 Uhr dann ausgestrahlt. Freut euch auf ein interessantes Interview. Dort geht es um das Thema, ist die CDU noch zu retten? Fragezeichen. Corona-Maßnahmen, sind sie in dieser Form gerechtfertigt? Und dann die Frage, und da muss sich der Herr Wendt stellen, und das tut er auch, Verhalten der Polizei bei Demonstrationen. Und hier die Wichtung zwischen, wenn Kutzmarsch in Berlin ist, wenn Linke aufmarschieren, ja, wie gehen wir damit um? Und ich finde es ehrenwert, dass er es tut. Und die Provokation, man muss auch mal sagen, ein bisschen übertrieben war es, aber Rainer Wendt ist ein Mensch, er ist ein werteorientiert denkender Mensch. Wir werden morgen darüber reden. Und ich bin überzeugt, nach dem Gespräch haben wir uns in Offenheit ausgetauscht und ihr könnt einiges davon mitnehmen. Ich freue mich, Mittwoch 18 Uhr beginnen wir mit der Ausstrahlung. Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft und Hallo Meinung, Peter Weber. Danke. Bitte teilen, andere informieren. Es wird spannend. Danke euch. Danke.